Hi! Hi! Ich bekomme einmal vier Booster Packs. Hast du Glück, dass das die letzten waren? Ich packe dir die kurz in eine Box ein. Bitte schön. Wow, danke schön. Auf die warte ich schon die ganze Zeit. Mahlzeit! Was machst denn du hier? Ich habe mir gerade die letzten vier Booster Packs gekauft. Was? Waren das wirklich die letzten? Ja, oh Mann, ich kaufe dir die für 50 Euro ab. Für 50 Euro? Ja, davon kannst du dir viel mehr kaufen. Oh, ein neues Switch-Spiel, das wäre schon was. Also, komm. Nein, ich glaube eher nicht. Ach, komm schon. Dein Switch-Spiel wartet auf dich. Na gut, ausnahmsweise. Hier. Ha, ich habe sie hier, du Dummkopf. Tüdelü. Hey, ich bin kein Dummkopf. Er ist der Idiot. Ich habe noch welche. Zehn Stück? Was? Echt? Natürlich!